Josef, was wollt ihr? Geht zur Seite. Ich bin wegen des Horadrim hier. Kann das nicht warten. Ich muss einen Freund begraben. Wir heben sein Grab für euch aus. Das ist nett, aber wer hebt eures aus? Tötet den Ketzer! Die Horadrim haben ihre dunkle Magie angewandt, um ein großes Übel in die Welt zu tragen. Übergebt dem Vater ihre sündigen Seelen und holt den Seelenstein zurück. Josef, er rettete mich in Nevesk. Sie waren nicht unsere Feinde. Das waren Narren. Ich habe keine Zeit dafür. Ich gehe nach Skarslan. Donen verdient es, mit seinem Sohn begraben zu werden. Ich dachte, die Toten verdienen nichts, wenn die Lebenden in Gefahr sind. Weise Worte. Aber ich, ich muss mein Versprechen halten. Deswegen müsst ihr vor mir gen Norden reiten. Wenn die Kathedrale sie noch nicht hat, könnte Nerel zum Gewölbe unterwegs sein. Findet sie und trefft mich dann in Donens Anwesen. donc, wurde ganz schn adviser.